So, we are against using our name to stigmatize the public opinion as if we are here because we are rapists. Wir haben derzeit eine, wie ich das nennen würde, Indienstnahme feministischer Argumente für eine rassistische Debatte. Sexismus ist ein Problem, das sich durch unsere gesamte Gesellschaft zieht. Sexualisierte Gewalt ist etwas, das zu jeder Tages- und Nachtzeit vorkommt. In sämtlichen Gesellschaftsschichten und auch gegenüber menschen jeglichen Geschlechts. Was ich aber nicht glaube, was ich hoffe, was gemacht werden müsste, wäre tatsächlich nochmal, Frauenrechte zu stärken und Rechte von Migranten und Migrantinnen eben auch zu stärken. All refugees should be legalized and include them in the economic development of the nation, so that they can do something positive in the nation. That is our position. Vieles, was jetzt diskutiert wird anhand der Silvesternacht in Köln, eben auch was mit einer Subalternisierung von Migranten zu tun hat, mit einer Verelendung, mit rassistischen Verhältnissen, in die sozusagen diese Menschen gedrängt werden. Und da kommt man eben nur raus, wenn man auch alle sozusagen die Rechte von allen stärkt. Wir haben alle Analysen, die wir brauchen. Was wir jetzt brauchen, ist, dass wir mit diesen Analysen nach vorne gehen und praktisch werden. Dass wir schaffen, die wenigen positiven Dinge, die es darin gab, produktiv zu nutzen im Sinne von, es gibt ja jetzt ein bisschen Diskussion um sexualisierte Gewalt, da können wir dran weiter ansetzen. Dass das sozusagen da jetzt nochmal neue Allianzen geschaffen werden, dass wir tatsächlich einen Feminismus der Einwanderungskultur brauchen, wo eben nochmal ganz andere, neue Bündnisse der Solidarität eben entstehen. Nächster Punkt, sich nicht provozieren zu lassen von Leuten, die einen gerne provozieren wollen, von rechter Seite zum Beispiel. Sich nicht ablenken zu lassen von Leuten, die einem Fragen stellen, zu denen man sich irgendwie verhalten soll, sondern auch eigene Themen setzen, eigene Meinungen, eigene Schwerpunkte. Die Jagd, die jetzt gemacht wird zum Beispiel in Köln von Neonazis, die gilt ja sowohl Geflüchteten wie auch anderen Migranten. Und dieser Rassismus vereint eben auch die Menschen in ihrem Kampf für ein besseres Leben. Erleben wir in der Zivilgesellschaft sehr wohl ein großes Maß an Politik der Würde, wie ich es nennen möchte. Und das zu stärken und weiter zu befördern, muss das Ziel sein. Und die Leute, die im Grunde das, wir schafften das, bereits leben, ja, darin auch weiter zu bestärken und auch das klar als Botschaft an uns als Gesamtgesellschaft nochmal zu verdeutlichen. Und dieола, die sich bis zu den vielen, vielen glän gauge und wieder zu sehr geeksten. Vielen Dank.